okay jetzt machen wir mal wieder ein ernstes video und zwar jetzt wieder so ein ganz simples ding hier ich bewerte neue models und es gab wieder ein event irgendwann blablabla wurde wieder ein paar neue sachen vorgestellt hier haben wir ein paar süße gänse warum nicht will aber über die beiden reden eigentlich dachte ich eigentlich lohnt sich hierzu kein video aber ich glaube ich habe zu den beiden genug redebedarf weil sie sind beide eigentlich komplett unterschiedlich neue characters für einmal custodes und einmal den den orks und ich habe hierzu einiges zu sagen weil holler die weit gehen wir auf den ork der jute hier das ist der neue big mac also big mac ist in sich ein witziger name und ich weiß ja das alte modell das war so damals als ich mich damals frisch mit wo haben wir befasst habe ich glaube der big mac als reiki damals im video mir erklärt hat wie der big mac funktioniert da dachte ich okay dieses universum ist großartig und ich fand auch das alte modell immer ganz cool und das ding jetzt hier also ich bin so ein bisschen erschlagen wie fett der ist wie viel da dran ist der wird ja mal unglaublich schwer zum bemalen sein oder es wird unglaublich lange dauern und da frage ich mich tatsächlich ist das nicht ein bisschen zu viel weil die ganze silhouette ist außer kontrolle geraten da ist was da ist was hier hat er power weapons und so aber gleichzeitig wenn ich da immer in auch nur irgendeine ecke gucke finde ich was was geil aussieht ich finde die form des kopfes ist cool er wirkt halt nicht so clumsy er wirkt halt so bisschen es hat was so eine ork aura so sowas ja sowas ruhiges an sich was für ein orkanswitzig ist dann hier die adern drin dann gucken hier roboter teile raus das ist es eigentlich also mir gefällt er aber er ist auch so voll so voll gestopft junge vor allem der alte der war ja ein bisschen überschaubar und was der was der hat ja auch so so als was hängt denn hier ist hier als wäre hier ein shirt abgerissen aber ist das hier oder behälte hat er damit hier das was auch immer er hier hat befestigt aber gleichzeitig dann hier auch mit dem kiefer hier gucken schrauben raus hier dr frankstein der ist voll geklatscht durch zehn aber der ist trotzdem geil beziehungsweise irgendwie ist er zu sehr voll geklatscht aber jedes detail das du dir anguckst ist irgendwie cool kurios ja der big mac traktor blaster ja nice und jetzt hier der andere kollege findet ihr den auch irgendwie total blöde oder putzig wirkt halt echt wie ein zwerg ne finde ich mir also ist sicher ein großes kustodes modell und er ist halt so mega breit aber was ist denn mit dem los dass der so wisst ihr was ich meine also ich finde das wirkt strange die waffe ist cool das gesicht ist ja meinetwegen der helm ist an sich cool und an sich ist hier auch die grundidee dass er hier quasi diesen ja diesen 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 nacken hat diese fahne federn nette idee aber die form also ich weiß ja dass das thema kustodes ich meine es immer ein goldener ritter dass das ein bisschen schwer ist und das finde ich auch immer schade an der range dass die da doch irgendwie immer das gleiche ist und irgendwie ist der nicht das gleiche von den proportionen oder form her aber ich mag es auch dass er ein schild und ein wächterspeer hat das ist auch nice weil es geht klar der wächterspeer sieht geil aus kann man nicht anders sagen aber der hat muss man irgendwie auf grimdenk reddit und dann immer so gucken so ob zudem irgendwelche memes entstehen ob das auch andere auch sind dass sie den total klamm sie finden weil schade irgendwie also da fand ich diesen alten kustodes hier der mit dem einen schwert unterwegs ist in dieser aus dieser jeans hier der box damals der war wirklich geil der war richtig richtig cool und bei dem ich finde sie zu retro aus der retro ist die form ist es wirkt doch nicht so es gibt ja den goldenen engel ich finde auch irgendwie ich glaube nicht dass das hier wirklich der goldenen engel für diese figur ist ich glaube wenn du den jetzt noch ein bisschen geschoben hättest also dass man die rundung hier besser sieht oder den schild noch ein bisschen mehr also ich glaube auch einfach das ist überhaupt nicht die schokoladen seite aus dem man den hier fotografiert hat ja na gut aber hey neue models sind da ist doch fein ja er kann also zeigen woran ich arbeite ich habe ja mal vor kurzem mal so eine liste hier gemacht mit primarchen quasi wie es mir vorstellt habe ich auch auf youtube gepostet und jetzt bin ich gerade dran hier schon so ein paar bilder zu machen das hat echt gut ich habe ich habe und lieben russe sind wir gerade dran habe lange keine porträts mehr gemacht aber das ist ja auch jute sanguineus und exakt euch das wird schön mal gucken ob ich dann irgendwann was damit mache oder wann das fertig wird ich glaube ich das wird nicht so schnell fertig alles aber doch und gerade an seinem grünen ich habe eine weile an ihm gesessen und ich glaube so ein paar justierung muss ich an dem bild auch noch machen aber gut danke für die aufmerksamkeit macht's gut da ist ja die kamera so nicht solo macht es ja dann ja machen dann das ist ja ja Untertitelung des ZDF, 2020